Hallo, oh fuck, und herzlich willkommen hier, hier machen wir's heute im Kanon, denn wir spielen jetzt mal endlich ne Runde, äh, was heißt denn das? Battlefield. Nein, Gary's Mod. FIFA, nein, Gary's Mod. Und wir spielen Trouble in Terrace Town, oder so. Ja, ja, Trouble in Terrace Town. Und ja, wir spielen eigentlich alle mit Felix, Colin, Julian. Boah, das hast du geschossen, Fische. Oh Gott, ich bin ein Juni-Badl. Und Dario, und ich, und einer, der random ist. Der random steht da, der ist eh immer auf K, aber den lassen wir einfach mal stehen. Ich bin hier bei Paddle, und ich hab Angst. Und es war der random. Okay, jetzt können wir aber mal richtig spielen. Julian, du dummer Jule, Alter. Roundover in vier Minuten, ja, okay, da haben wir ja noch Zeit. Dann kann ich ja noch ein bisschen was machen. Die Reaktion von Filze. Wo bin ich hingeflogen? Ich bin hier unten aufgekommen und fliege bis ins Wasser. Oh, Kanktus. Oh ja, der ist so. Und da ist er tot. Oh, leckt ein bisschen. Kaum. Ah, jetzt geht's wieder, okay. Okay, 500. Hat also die Zeiten. Oh Gott, der scheiß Doktor Arka. Also, haltet euch jetzt an die Regeln, damit wir auch uns verstehen. Julian. Ja. Julian. Keine random kills, Julian. Und leise sein. Der ist AFK, oder? Ja, aber keine random kills. Egal, was sie sich töten. Random kills. Random kills. Egal, was sie sich töten. Er war's nicht. Ah. Lol. Er war's nicht. Das war nicht mit Absicht. Dario. Tötet Dario. Dario hat Julian. HANA. Julian hat uns gesehen. Warte mal kurz, Colin. Nein, das ist gar nicht. Warte, guck Colin. Achso, du hast den Rennen gekriegt, Julian. Oh, sorry. Ich hab's gedacht, du süßes Ding. Oh. Tötet Dario trotzdem. Nein. Aha, wer ist da im Tracker-Menü? Viper. Was ist Viper? Wer ist Viper? Dennis. Achso, okay, gut. Aha, Dario. Nicht töten. Er schreibt nicht töten. Er schreibt, ich hab... Okay, ich getötet. Ich glaube, warum ich nicht siehne. Weil Dario den getötet hat. Dario. Töte Dario. Ah, 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 ah! Oh, nein! Oh, nein, in der Luft! Er war's nicht. Wow, ich kann alles sehen. So, jetzt haben wir erst mal hier Dario getötet. Alter, lagst du ein bisschen hart mit dem 400er Ping. Er lebt denn überhaupt noch? Ich hab Angst. Lass mich hier unterm Baum. Oh, du Sau, Alter! Hau! Oh, naja! Hau! 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 Kleiner Traitor Was? Ich bin doch kein Traitor Na, nein, wir sind beide Traitor, gell, warte Komm einfach runter und spiel mit mir Was war das denn? Hey, ich wollte das mal ausprobieren Toll, warte, ich muss Funktioniert das so, oder was? Ah, okay, gut Jetzt hab ich's verstanden So, wo bist du? Was? Da oben drin? Wirklich? Was? Kommt er sofort raus Warte, zwei auf den Oh Gott! Entweder du kommst rein, oder ich komm raus Entweder du kommst... Es gibt zwei Optionen, entweder du kommst raus, oder ich komm rein Nein! Nein! Ja, wieso random killst du mich? Ja, ich hab nicht gesehen, ich hab gedacht, du tötest einen PADDLE, RANDOM 3 Mal gesagt, dass ich den RANDOM töte Ja, ich weiß PADDLE, man tötet keinen Innocent, RANDOM KILL ist verboten Achso, Mist, ich hab's verstanden jetzt Ah, Leute, der pingst wieder nochmal, das ist mir grad auf Ich töte jetzt immer den RANDOM Ich weiß jetzt, wie der Teleporter funktioniert Der RANDOM ist weg Äh, das Teleporter funktioniert, du musst zuerst einen Spawn setzen Und dann kannst du dich dahinter loppieren Darion, wie ist das? Wie ist das denn RANDOM? LOL! Das ist RANDOM! Dann hast du mal ne Waffe Den, du kippst doch auf den Viper, du 255 Was? Der zieht bitte, Dennis Warte, gib mir mal den LOL! Da oben drin 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 Ey! LOL! Also der Viper, das ist unser Server-Admin Ist der Barb unter den Chabos Der spielt hier grad ein bisschen mit den Einsteckern rum Oh, man kann ihn nicht töten mit einem Alter Ah, jetzt bin ich Innocent Ist ja logisch, weil ich davor Traitor war Alter Ist ja logisch Ahaha PADDLE Oh, das ist wirklich so Ja, ja Würde ich mal schlagen, PADDLE High five High five, PADDLE High five LUL Guck mal, das Gefängnis Guck mal, das Gefängnis Guck mal, das Gefängnis Lass mich nur in Ruhe High five Hey LULZ Guck mal her, Dennis Hockt im Gefängnis drin Ja, ich weiß Hä? Wo? Hier! Ich steckte Schläfe! Alter! Ich bin ein Gefangener Ich bin ein Gefangener Ich bin ein Gefangener Oh! 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 Wer war das? Wer ist da oben auf dem Turm? Hi! Hi Colin! Colin! Ich bin hinter dir, ich bin deine Wand Wer ist da oben auf dem Turm, Alter Achso? Du bist hinter mir! Sag das mal! Oh! Da oben war jemand Ich hab's genau gesehen Ey, geil! Guck mal! Wenn man den tötet, kommt noch einer Der lebt dann Oh! Aua! Hey, hey, hey! Ich war's nicht! LUL! Ah! 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 Scheiße! Ah! Ich muss ja ruhig sein! Das ist du, Julian! Ne, oder? Ah! 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 Da oben auf dem Turm sitzt auch noch einer! Oh! Das ist... ähm, kam so über mich Hat mein Vater mal mitgelacht? Habt ihr mein Vater gehört? Tauer bin ich? Wo ist eigentlich Väter hin? Ne, man hat's nicht gehört Habt ihr meinen Vater gehört? Ne? Ah, karte! schade ganz ehrlich ich lauf weg und dann stürze ich hab wirklich ich bin nur zurückgelaufen weißt du der läuft der leute ich sehe nicht so einen Deckel fehlt der hengst ein bisschen ab was fehlt der hengst ein bisschen ab ja ich hab gesehen was du mit meiner leiche gemacht hast du kleiner Nazi ja wir müssen eh mal sehen wie lange wir aufnehmen einfach mal so lange wir bock haben oder ob wir das teilen oder Aua ich hab Hunger Leute komm mal du willst wieder einen Schwertkampf he? nee das sah gut aus aber dann hat mich diese Granate von irgendjemanden getroffen ja und dann dann wurde ich gefistet und einem wäre gerne Penise los Colin hör auf Falter ist da wer schlecht gelaunt weil ich ihn getötet hab nein Aua Alter wenn du mich damit wieder anfängst ich töte dich in random Alter ich bin innocent ich bin auch innocent ah wer wirft mir hier Granaten ja der vielleicht sagen also ich würd ehrlich sagen wenn ich Traitor bin ja der schießt ja mein Ding weg jetzt ohne zu lügen aber ich würd sagen wenn ich innocent bin nee wenn ich Traitor bin so genau okay ich geb's zu ich bin Traitor ja Alter guck mal was ich nicht mehr hab ihn gegeben hat hey schießt doch auf mich warum so ange... ja weil ich runtergefallen bin stirb Colin wir bauen erstmal ein bisschen Holz ab das ist da wo Leute lass uns mal ein Haus bauen Insel wir haben schon Leuchten umgebaut boah das war eine Craftingbox warte ich helf dir Padde das Dennis du musst schneller gehen ach Jesus hast du mich dann auf mich hab geschossen Schwerdkampf ich splende dich ich splende dich wer war das ok wir schmeißen die Granaten das fänd ich auf wer war das wer war das ach du hast Colin Colin schießt auf mich ja du hast auf mich geschossen ich hab nicht auf dich geschossen ich hab auf Dennis geschossen ich hab auf Dennis geschossen oh schießt da ist kalt oh ja der fliegt jetzt nicht weg wer ist hier in Ruhe ich bin hier los hin Fick dich Dennis Dennis ich fühl mich jetzt nicht gut Leute guck mal aus Leute guck mal dein Leben an der der Alter mein Leben ey wo denn das war Dennis guck mal ein Chat ey Dennis ist nicht nerd Leute wer wer hat jetzt Weenakt geschossen hallo 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 ah ok wer lebt denn überhaupt noch ich hab 1 HP also fuck you der Dennis wir nehmen jetzt nur noch Dennis und ich oder was nein noch nicht echt alter Dennis das war's das war's das war's das war's he ich hab's dann machte die guns hinten seinem Leben da hin und her hallo what the fuck wer hat die AWP 3-7 Ne, ich weiss nicht, wer lebt den da? Lebt nur noch der? Ich hab Angst, dass... Warte, wer... Loll? Woher? Ich hab Angst! Wo bist du? Hey, Dario! Dario! Über den Sprachjet dürft mir ja reden, ne? Ja, wie ich da unten schieße, ne? Irgendwo... Oh, fuck! Können wir uns nicht einfach versöhnen oder so? Father! Ah, ich bin ja Traitor! Komm, wir machen den Traitor-Test! Gammelst du da echt immer noch drin? Was? Ich probier grad was raus! Boah, fick dich, weil ich nachladen musste! Uuuuh! Alter, Fete, dass du da immer im Turm campen musst, ernsthaft! Ja, sagst du! Das war so kleinisch, denn... Vor einmal einer nach dem anderen wird so weggeschnallt! Ja, Dario hat mich getroffen, weil er jetzt auf den geschossen hat! Ne, das Geile war, ich hab eigentlich auf Dario geschossen... Ja, der schlacht mich auf ein HP runter! Mann, das war so witzig! Oh, dann hab ich die AWP bekommen und dann zack! So einstellt, dass man die Map ändern kann! Da steht auch Map und so! Dann ändern wir immer die Map! Nein, lass doch so! Nein, nein! Ey, weil mir ist auch mal pannend! Können wir in der nächsten Mode machen! Das Foltergeisting funktioniert gar nicht! Was ist das Foltergeisting? Ey, was geht's falsch? Bei mir steht RUNTOVER, aber es geht nicht! Ja, was ja auch! Bei mir steht 0 Sekunden RUNTOVER, ja, aber... Wie die immer schreien, wenn die so sterben! Wie die immer schreien, wenn die so sterben! Oh, oh, oh! Eine kleine Katze-Area! Eine kleine Werbung von Kickcut was hergeschoben! Ich hätt eis-Kalt-C4 legen müssen, damit ich dich in Luftsprengkarten auch... Du musst die Map voten! Ja! Ja, ich kann nicht für ne Map voten! Du musst Ausrufezeichen, VOTE, MAP! Nein! Halt, was du willst! VOTE, MAP! Alle mal die 2! Slash! Was muss ich eigentlich geben? Slash, äh, äh, Ausrufezeichen, VOTE! Ja, genau so! VOTE, 2! Ja, 30 Sekunden! Wenn 3 von 3 sagen, dann geht's glaub ich los! Ja, in 30 Sekunden geht's weiter! Paulin weiß nicht, wie man VOTE! Solange haben wir noch mal ne Pause! Oder wir machen hier mal nen Cut! Schnell! Kit-Cut! Kit-Cut! Have a break! Ich schleiche! Ich bin eine bisschen alt! Ich schleiche! Ja, was ne? Ja, das ist die Frage, soll ich... Nein, ich hab aus Versehen eins geschrieben anstatt auszumachen! Leute, mir ist grad aufgefallen, es gibt nen Secret Room, der ist über der Map! Ach, nee! Ja, das... Das ist der Nähter, das... Äh, nee, Ende, da kommt ein Nähter! Oh, einfach zwei verschiedene... Das ist, wenn du alle Diamanten zusammenbrickst, alle Diamantenblöcke, kommst du da hin! Warum hängt die überall Schokolade auf meinem Schreibtisch? Ich soll die nicht essen! Dario, Schokolade! Ich sie! Ach, jo, issi! Nee! Wasche sie! Lecke sie ab! Geh mit dir essen! Ich hab den geilen Käse hier! Steh' paar Stück ab! Ah, warum soll ich mich ablecken, Fete? Die Schokolade, Dario, nicht dich! Ah, da, jetzt sind die Klientel-Info! Was? Was ist für ne... Was ist für ne... Was ist für ne Map? Ich mach euch alle fertig! LOLL! 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 Warte... Ah, okay, ne neue Map! LOLL! Da gibt's aber viel zum Verstecken! Guck mal her! Guck mal her! Mit der Throwbar! Aber die geht's runter los! Warte, ich mag auch! Aber erst am Ende spring ich runter! Da kann man noch eins tiefer gehen! Wer habt ihr überhaupt gefunden? LOLL! Ich bin eins tiefer! Guck mal runter! Guck mal da runter, wo ich bin! Ah! Das hat nicht ganz funktioniert! Das ist was für ein Skill da hier! Boah, hier ist sogar ein Tunnel unten! Gibt's hier auch irgendwo Waffen oder so? Ja, ich mag auch unter springen! Nein! Was ist denn das für ne... So, ich lebe! Naja, ich geh da mal, ne? Ich geh da mal! Was? Ich geh da mal! Wir sehen uns dann! Oh, jetzt... Achtung, Achtung! Okay! Betrayter! Okay, wir machen jetzt... Alle Traitor! Ja toll, wie komm ich jetzt wieder hoch? Ich dachte, ich werde automatisch wieder hochgespawnt! Ich hab nur noch 20! Werte schlägt mich! Ich hab einen getötet! Loll, du kannst ihn mit dem Throwbar töten! Ähm, jetzt... Ja, wie mach ich das jetzt mit Ding? Ey, aber das ist mit den Map-Bandons voll krank! Du kriegst mich nicht, Täter! Okay, Nachhilfe nur noch für beide! Lol, was ist das für ne Map? Gibt's ja keine Waffen! Nein! Lol! Ja, auf jeden Fall! Paddle bist du's! Was? Wieso ich denn hochkommen? Ich kann dich ja gar nicht töten! Ich hab ja nicht mal ne Waffe, was ist das denn für ne Map ohne Waffe? Ey Leute, lass mich doch wenigstens C4 mal aufsprengen! Ich hatte unten drunter C4 platziert! Guck, ich hab's dir selber hier unten hingetan! Mann, ich glaub, das muss mal die Aktion stoppen! Und dann gucken wir mal, dass wir ne andere Map reinmachen, okay? Äh, ja, wir können ja noch eine Runde einfach so Fight machen und dann suchen wir ne andere Map und dann mach ich einfach einen Cut! Boah, da liegt ne Puppe in der Map drin! Ja, lass einfach mal ne Runde Kampf machen! Der steht da aufs Flatty-Boot! Ja, oben! Das ist alles oben! Keiner springt runter! Oho! Deathmatch! Dum 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 dum! Deathmatch! Lauf Ende! Das ist halt schau' auf den Abdel! Schrecklümpel-dippert! Aber Dennis! Wer sitzt da und kackt? Ach ne! Dario! Ja, Fete! Du saß so da, irgendwie! Ich halt mich ein bisschen von euch fern! Ich hab wen die Husky jetzt! Guck, du saß so da! Wohoo! Okay, komm Fight! Komm her! Nein, ich hab Angst! Oh! Das ist wie Wrestling hier! Ach, wer ist das? Oh nein! Zwei Seiten! Oh! Einer ist tot! Hey, mach mir jetzt einfach so kämpfen! Ja, nur eine Runde! Danach machen wir einen Cut und dann suchen wir einfach ne andere! Fünf Minuten! Alter! Alter! Von wegen fünf Minuten! Ey! Ey, ich spring gleich runter! Guck mal! Wer ist denn hier Traitor? Verfallen, du kleiner Nazi! Ja, das ist voll! Ah, Mann! Ja, Mann! Der hat doch einer noch ne Waffe! Äh, was? Ehhh! Ich lache was, was? Mann! 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 Genau. Gott, da legt ja noch einer. Ja, der Pistole. Genau. LOL. Fuck you. Ich bin nur mein HZ. Nein. Nein. Er schießt als Geil. Ja gut, dann machen wir jetzt einfach mal hier einen kurzen Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf einer anderen Map, die hoffentlich besser ist. Das ist ja nur so zum Einstieg. Einstieg Paulin. Mir ist trotzdem gefallen, dass man als Traitor Waffen getroffen kann. Also dann, tschüss.